Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Galenica Camp. Ich bin Agnesa, das ist Lucia, das ist Murat, wir sind lernende Fachleiterapotheke, das ist Duart, er ist lernende Detailhandelparfümerie. Wir nehmen euch mit und zeigen euch alles. Wir hatten viele verschiedene Programme, wie zum Beispiel Teambildungen oder auch Weiterbildungen, dort haben wir Generikas angeschaut oder Dermatologie und vieles mehr. Eine Sache, die ich gelernt habe, und die ich mit mir, während meiner Formativen course, ist, wie sich besser mit der Klientel befinden, wie zu verkaufen, wie ein bestimmtes Produkt, und vielleicht auch die Posture und viele Dinge für die Verkaufung. Die Stabilisierung des Camps ist, vor allem, ein Teil für die Lehrerinnen, zu treffen, mit anderen Personen, die das gleiche Betriebe als sie. Es ist, vor allem, ein Teil, zu erwerben, zu erwerben, und zu erwerben, mit anderen Intervenanten zu verarbeiten, zu sehen, eine andere Art von arbeiten und zu progressieren, in der Prise der Klientel in der Pharmacie. Die Lernenden sind die Zukunft von unseren Apotheken, darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sie motivieren und ihnen möglichst früh mit auf den Weg geben, wie wichtig es ist, die Kunden zu begeistern und zu verblüffen. Für dieses Camp in drei Monaten war es konstruktiv, genial und ziemlich variiert. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bewirb dich bei uns, wir freuen uns auf dich.